Der Rennschwein Rudi Rüssel kam, sah und quiekte. Nummer 66. Wir haben gewonnen, Mann. Ein unerwartet schönes Geschenk für die ganze Familie. Bis Freitag, dann bringen wir es zum Bauern, einverstanden? Ulrich Mühe und Iris Bergen in einer tierisch rasanten Filmkomödie von Peter Timm. Moment, nicht in meinem Zimmer. Rennschwein Rudi Rüssel. Und eine Menge Chaos. Papa, ihr P-Shirt. Siehst, ne? Das Perkel muss raus, sofort! Ihm haben sie parfümiert und ich, ich stink wie ein Schwein. Was hast du für ein Parfum? Wieso? Das ist toll. Das hat so einen Stich. Du bleibst bei mir. Für immer und ewig. Das ist ein Rottenolm, glaube ich. Ja, ja. So! Nee, so! So, ne Quatsch. Aus dem Weg. Was ist denn so, Rudi? Diese Schweine hat den Einbrecher vertrieben. Ganz brav. Druck top. Tobi! Oh, ja, ja, ja. So kochen wir immer. Wir essen dann direkt von der Wand. Grüne, lecker, Rudi. Tobi! Rosa, was, Kutzchen? Das Schwein läuft wieder, Blitz. Was wird das denn? Hauptfutter für Rudi. So, das Schwein mit den Urlaub. Ja, wir sind nur Hünder zugelassen. Nette, kleine Swainlin. Und ist so sauber. Rennschwein Rudi Rüssel. Er ist cool. Ja, Rudi hat sogar ein Farkenschwemmerzeugnis. Er ist frech. Karpi! Und er ist sehr, sehr schnell. Rennschwein Rudi Rüssel. Er kam, sah und quiekte.